Guten Tag, hier sind drei Beispiele, 1, 2, 3, 3 Beispiele, wie man eine Aufgabe machen kann. Die Aufgabe ist, ein Foto zu beschreiben, über ein Bild zu sprechen. Also, ich habe das nur gemacht, damit ihr sehen könnt, wie man das macht. Wie kann man über ein Foto sprechen? Wie kann man über ein Bild sprechen? Hier ist ein Bahnhof, es gibt viele Leute, es gibt ein Taxi, es gibt ein Fahrrad, es gibt ein Mann in einem gelben Hemd. Der Mann steht in der Straße. Was macht der Mann? Vielleicht wartet er auf einen Freund. Vielleicht wartet er auf ein Taxi. Vielleicht wartet er auf ein Bus. Ich weiß nicht. Er steht in der Straße. Es gibt viele Leute mit Taschen. Sie wollen vielleicht reisen. Vielleicht machen sie Ferientage. Vielleicht machen sie einen Urlaub. Sie wollen mit dem Zug reisen. Das ist ein Bahnhof. Die Leute wollen mit einem Zug reisen. Einige Leute sitzen. Es gibt Stühle und Tische. Sie sitzen und sie essen Eis. Der Taxi steht links im Bild. Das Taxi steht links im Bild. Und das Taxi will vielleicht jemanden abholen. Das Wetter ist gut. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Es gibt Wolken. Es ist vielleicht 12 Uhr. Es ist vielleicht 13 Uhr. Das ist eine Großstadt. Das ist ein großer Bahnhof. Und es gibt immer viele Leute dort. Sie kommen und gehen. Naja, vorne im Bild sitzt ein Mann. Ich glaube, er raucht. Er raucht eine Zigarette vorne. Er trägt einen braunen Hemd oder einen braunen Pulli oder einer braunen Jacke. Irgendetwas braunes trägt er. Rechts im Bild auf der rechten Seite sind einige jungen Leute. Sie sind vielleicht 17 Jahre alt, vielleicht 18 Jahre alt. Ein Junge trägt schwarze Hose und schwarze Jacke und weiße Schuhe. Und die haben Taschen. Das sind Rucksäcke oder Schultaschen. Die Jungen stehen und sprechen miteinander. Ein Junge trägt eine Sonnenbrille. Mitten in dem Bild, mitten in dem Foto gibt es eine Uhr. Es steht vielleicht 40 nach 2. 3, also 2 Uhr 40 oder 14 Uhr 40. Ja, und also das ist der Bahnhof und vor dem Bahnhof gibt es eine Straße. Und die Straße ist dort und es gibt viel Platz. Viel Platz und Leute stehen und sitzen und gehen hin und gehen her. Und sie wollen alle irgendwo gehen oder fahren, weil es ein Bahnhof ist. Alles ist über das Reisen dort. Hier ist eine Straße, es gibt ein, zwei, vielleicht drei Autos in der Straße. Sie sind ganz kleine Autos und ganz alte Autos, kleine alte Autos und es gibt Bäume, die Bäume sind grün, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, es gibt Wolken, das ist eine Straße in einer Großstadt, es gibt Gebäude, es gibt große Gebäude, ein, zwei, drei, vier. Es gibt nicht sehr viele Leute, nicht sehr viele Leute, die Straßen sind fast leer. Es gibt vielleicht etwas Blaues, das sind vielleicht Menschen auf Fahrrädern, Leute auf Fahrrädern. Also nicht ganz vorne, sondern ganz hinten im Foto. Es gibt eine Ampel, die Ampel ist grün, die Autos dürfen fahren, weil die Ampel grün ist. Es gibt Straßenlampen, ein, zwei, drei Straßenlampen kann man sehen. Und ja, warum gibt es keine Leute auf der Straße? Warum ist die Straße so leer? Vielleicht ist das Sonntag, vielleicht sind die Leute alle zu Hause oder vielleicht gibt es ein großes Fußballspiel. Vielleicht sind die Leute alle zu Hause vor dem Fernseher und sehen das Spiel und niemand geht aus dem Haus. Alle sind zu Hause und niemand ist auf der Straße. Kann sein. Die Gebäude sind ganz langweilig. Sie sind hellbraun oder weiß oder hellgrau. Aber es ist nicht sehr viel los in diesem Foto. Es ist eigentlich langweilig. Ja, die Leute in den Autos. Wohin fahren sie? Die Leute in den Autos, sie fahren vielleicht zum Kaufhaus. Vielleicht gehen sie einkaufen. Oder vielleicht fahren sie zu Freunden. Oder vielleicht fahren sie an die Arbeit. Vielleicht ist das morgens ganz früh. Vielleicht sechs Uhr morgens und die Leute fahren an die Arbeit. Oder vielleicht ist es spät Nachmittag. Vielleicht ist das fünf Uhr, also siebzehn Uhr. Vielleicht fahren sie nach Hause nach der Arbeit. Die Leute fahren irgendwo hin. Hier ist viel los. Da sind viele Fahrräder. Die Fahrräder sind geparkt. Und die Leute haben ihre Fahrräder geparkt. Und die Leute sind vielleicht in dem Kaufhaus. Oder vielleicht sind die Leute stehen auf dem Platz und sprechen miteinander. Also viele Fahrräder. Und da gibt es viele Leute. Es gibt einen Regenschirm. Ganz hinten eine orange Regenschirm. Und vorne im Bild, vorne im Foto gibt es Gleis. Das ist vielleicht eine Straßenbahn. Irgendetwas gibt es Gleise. Und ja, das sind so Kaufhäuser oder Geschäfte. Aber vielleicht auch Wohnungen. Vielleicht wohnen die Leute dort. Das ist auch eine Großstadt. Man sieht ein großes Gebäude. Aber ganz hinten auf der rechten Seite sieht man noch ein großes Gebäude. Ein zweites großes Gebäude. Also eine Großstadt auf jeden Fall. Tja, das Gebäude ist, also oben ist das Gebäude braun. Unten ist schwarz und weiß und silber. Es gibt viel Glas. Es gibt viele Fenster in dem Gebäude. Ja, die Sonne scheint. Das Wetter ist gut. Die Leute stehen alle draußen. Niemand trägt eine Jacke. Niemand trägt eine Jacke. Also ist das Wetter warm. Und ein Junge trägt kurze Hose. Vielleicht ist das ganz warm. Und ja, vorne da steht ein Mann mit einem weißen Hemd und orangen Hosen. Und ja, was machen die Leute? Sie gehen oder sie stehen? Und sie sprechen mit Freunden. Vielleicht sprechen sie über ein Restaurant. Vielleicht wollen sie später im Restaurant essen. Und vielleicht sprechen sie über welches Restaurant sie besuchen wollen. Über das Restaurant, wo man am besten essen kann. Tja, und hier ganz vorne neben den Fahrrädern steht ein Mann. Und er hat eine weiße Tasche. Was ist in der Tasche? Vielleicht hat er etwas gekauft in dem Kaufhaus. So kann man über ein Bild sprechen. Das sind Beispiele gewesen. Du sollst das auch mal versuchen. Also, da sind drei Beispiele gewesen. Ihr könnt das machen. Ihr könnt ein Foto beschreiben. Ein Bild besprechen. Also, versuch das mal. Das heißt, das ist eine Frage. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.